Hallo und willkommen zurück zu Lords of Xchulima und jetzt geht's mal wieder gegen die Hunde. Diesmal gegen vier Hunde. Und dafür werden wir uns den Segen wiederholen. Denn ohne den wird es nicht klappen. Die Licht der Gäste ermöglicht deinen Weg. Die Headpoints brauchen wir leider. Jetzt machen wir hier noch einen Quick-Safe. Jawohl. Das wird natürlich jetzt ein bisschen blöd, die Hunde zu triggern. Das Ganze ist jetzt vermutlich mit einer Menge hin- und hergelaufen verbunden. Das wäre jetzt auch nicht gerade günstig, weil da acht Stunden von dem Buff schon ablaufen, weil ich gleich nochmal rasten muss. Mach mal anders. Ne, mach mal nicht anders. Aber wenn ich das nächste Mal hier bin, dann werde ich das erste Mal auf jeden Fall auf Ausweichen gehen und den Glücksfaktor am Anfang in Kauf nehmen. Den Geschicklichkeits-Buff können wir noch holen. Ja, war jetzt wieder eine Stunde. Das sollte auch nicht passen. Ach, der Geschicklichkeits-Buff war natürlich Unsinn, wenn... Ich werde jetzt mal auf Risiko gehen und die Straße überqueren, ohne gerastet zu haben. Hat geklappt. Jetzt versuchen wir mal den... Die Gegner zu triggern. Hier, die Hunde. Hier haben wir noch so ein tolles Buchverschwerter. Das zweite. Das können wir genauso wenig benutzen wie das erste. Hier geht's aber nicht rein oder so. Da ist diese Essenz. Wie lange haben wir noch? Okay, der andere ist schon abgelaufen. Der hält nur noch sieben Stunden. Okay, der sollte hoffentlich reichen, um die Hunde zu bekommen. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall noch den Ausdauer-Buff. Nehmen wir... Den. Einmal... Einmal... Valvet holen. Vielleicht sollte ich hier auch noch irgendwas benutzen. Was haben wir denn? Was haben wir denn, was wir auf die draufwerfen können? Besser treffen. Aktionsmodifikator plus 13. Sechs Sekunden betäuben. Sechs Sekunden betäuben. Vier Sekunden betäuben. Na ja, ich versuch das erstmal ohne. Nehmen wir mal den hier. Nehmen wir mal den hier. Aktionsmodifikator plus 8. Aber das ist sowieso nur 30 Sekunden. Da lohnt es sich, seine Runde nicht für einzusetzen. Der würde für den Rest des Kampfes gehen. Ach, das war nur die rechte Seite jetzt natürlich. Mh... Nicht so gut. Hab ich nicht bedacht. Schön. Hat auch getroffen. Müssen wir direkt wieder nachheilen. Und nochmal Flammen. Da holte sich den Schaden auch dann direkt von wieder ab. Gut. Dann machen wir hier aber ne Aura des Schutzes an. Na la jetzt. Gut. Der wird also jetzt sterben, wenn er wieder drankommt. Und... Und da kann ich den auch nicht vorher irgendwie töten. Die kann ich auch nicht retten. Oder? Worausgegenstände? Da hab ich die Gegenstände. Heilung. Oh. Oh. Da steht natürlich nicht, wie viel das heilt. Ist nichts. Doch, da steht 12 bis 20. Das muss reichen. Reichen. Glück gehabt. Einer weniger. Okay. Haben wir noch immer drei. Einmal Gruppenheilung. Die kann... ... ... ... ... ... ... ... ... raussauen. Jetzt war auf ihn hier. Der wird jetzt noch öfter von den Hunden angegriffen werden. Ja, das macht... Das würde schon Sinn machen. Aber das Problem ist, dass das zu risky ist. Die andere nicht zu heilen. Dann machen wir das so. Na la jetzt. Und hier müssen wir wieder Shuriken benutzen. Der geht hier hin. Schön getroffen. Und... Flammen. Schade. Gut. Autsch. Passt. Okay. Der geht so langsam runter. Nehmen wir den auch schon mit. Ähm... Jetzt kann ich eine Regeneration benutzen. Brauchen wir den auf jeden Fall für den Rest des Kampfes nicht mehr zu heilen. Funken. Da lohnt sich das Verbrennen nicht mehr. So kann die... Das jetzt nochmal verwenden. Ah... Okay. Er hat noch zwölf. Ich könnte vermeiden, dass der überhaupt noch drankommt, wenn ich ihn jetzt nochmal angreife. Walvet. Der ist ja noch aktiv. Das würde keinen Sinn machen. Da warte ich lieber, bis der einmal gestorben ist. Steckt er noch einen Angriff ein? Und dich knipseln... Aha. Da hat er daneben angegriffen. Mist. Neun. Schade. Aber war versuchwert. Mist. Oh. Verblutet. Gut. Dann haben wir... Nehmen wir den hier. Beziehungsweise der kann... Ne, der kann nicht. Der könnte hier mal seinen tollen Schlag benutzen. Einmal funken, weil es für die Flammen nicht mehr reicht. Was? Okay. Wunderbar. Heilung. Den hier neu holen. Der lebt noch. Ne. Die da unten ist mir noch zu knapp dran. Die da unten ist mir noch zu knapp dran. Gut. Den lasse ich da stehen. Ich glaube der... Den hat er gar nicht mehr aktiv. Wurde gerade sagen, dass die besser treffen. Das merkt man deutlich. Aber das war Quatsch. Weil es ist erst gar nicht mehr aktiv. Ähm. Der ist noch am Regen. Die kann theoretisch jemanden heilen. So, machen sie einfach mal. Und wechseln die. Die geht da hin. Und dann hacken wir da jetzt einfach noch drauf. Die werden. Die werden. Verklariert uns. Und wann. Und was. Im Moment. wunderbar harter kampf für eine kurze zeit ist die gruppe in sicherheit so dann werde ich erst mal den den rest soweit erkunden nicht dass beim nächsten mal nicht noch machen muss auch überrasten kann man auf jeden fall auf 95 ist unser essenzometer noch mal hinlaufen ist aber nicht der rechten seite ist noch ein gebüsch damit sind wir wieder bei vier tagen da ist noch so ein kleines grünes richter münchen singt und tanzt um dich herum es spricht mit einer schrillen stimme zu dir dann wollte ich meine fragen korrekt werter reisender und mein schatz gehört ihr letztes spiel habe ich keine zeit ist männer ein berichten lautes gelächter aus und tanzt und singt weite zwischen den blumen umher ja den werde ich irgendwann umhacken aber das irgendwann das ist noch weithin denn der bringt massiv erfahrungspunkte oder ich beantworte deren fragen einfach und verzichte darauf aber könnte ich ja mal rollenspiel technisch so machen das ist dann halt zwar kein min maxing aber es ist wahrscheinlich dass das nettere statt hier einfach jeden umzuhacken dann mache ich das jetzt einfach mal so dann gehe ich nachher oben bei der stadt die andere karte das wichtige menschen mir auch noch holen gibt es ein bisschen erfahrung aber beantwortet meine fragen korrekt hat reisender und mein schatz gehörte ja und wie lautet die frage wer ist das lehrer des lichts ja wenn ich das jetzt wüsste habe ich mir die götter hier irgendwo aufgeschrieben die boni nicht die götter ist ja praktisch dann lese ich das jetzt hier nebenher nach ich lese nicht die lösung nach sondern auf der zu lima seite gibt es eine übersicht der götter dann lese ich die mal gerade vor zu lima gott in just introducing the nine gods of lords of zu lima wir haben alle netz legeant of light and life ist es wahrscheinlich auch schon alle it all night da du hast recht der wichtel lächelte zuvor führt eine pirouette und verschwindet in einem grell licht dann sind wir halt netz dann verzichte ich darauf dass zum hinmerksen tage hoch wollte ich nicht wollte eigentlich gucken wie viel erfahrung wir da bekommen haben 300 seit ich glaube 1700 weniger als mit den umhacken würden bronze schuppen rüstung des lichts lebenspunkte plus elf und ein unidentifizierter helm reisegeschwindigkeit der gruppe tjo kann ich jetzt auch nicht viel dran ändern fressen wir halt ein bisschen schneller und da oben wird es dann wieder zur straße gehen also kann ich jetzt den heimweg antreten und dann geht's dann nächsten mal da oben weiter wenn Das war's für heute. Wo ist dieser kleine Dieb hinten? Schade, dass er uns entwischt ist. Hier können wir wieder Nahrung ansammeln. So, jetzt sind wir hier wahrscheinlich noch einmal unterbrochen. Einmal den Hinterhalt durch die Wachen. Nein! Mir auch rechts. So, ähm... Da unten können wir wieder Krams einsammeln. Nochmal das direkt. Ratsche, ratsche. Erdnahrung. Nahrung. Gucken wir mal in den Süden. Yes! Mehr Nahrung. Gehen wir gleich nochmal hin. So. Speichern. Und dann müssen wir mal... Good day, sir. So, unidentifiziert. Wäre sehr hilfreich, wenn der sagen würde, wie viel das kosten würde, zu identifizieren. Silberhelm. Silberhelm. Kann nichts. Aber der ist ziemlich, ähm... Effizient, sag ich mal. Das ist Silber, die Stufe. Muss ich mal gerade was nachgucken. Oder mal aufschreiben. Vier ist Eisen. Äh... Fünf ist keine Ahnung. Und sechs ist dann Silver. Ja, ist noch nicht mal sechs, ist sieben. Fünf... Fünf... Mh... Sech... Fünf, sechs, sieben. Silver. Okay. Doppelnaht. Das ist Iron. Das ist vier. Ja gut, das ist klar. Fünf wüsste ich nicht, was das ist. Haben wir hier auch keins im Angebot. Des Eises. Warum man nicht gebrochen, der... Keine Ahnung, Intuition. Ähm... Pelzschild des Helden des Feuerschutzes. Das Ding ist schon ziemlich ordentlich. Die sind alle so schwer. Maximale Lebenspunkte plus elf. Das klingt zwar nicht schlecht, aber ich glaube, das kann ich nicht benutzen. Komm back, Sir. Weil dir alle schon was anderes anhaben, was ich an mir ausziehen werde. Fünf Prozent. Naja, der könnte das sowieso nicht tragen, selbst in der wollte, aber da nicht so viel Stärke... Das hat sowieso niemand. Äh, komm weg. Ja, ganz armen, den Scheiß. 250. Sind wir immer noch überladen. Die sind zu wenig wert, als wenn es da einen Unterschied machen würde. Ja, die Nahrung, davon sind wir jetzt viel am rumtragen und die können wir nicht aufbrauchen. Ich komme da nicht mehr unter... Äh, unter einen Tag. Die stapeln sich jetzt hier so langsam. Die kann man aber auch verkaufen. Und das will ich jetzt auch tun. Guten Tag. Ich glaube, mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Duda, du mit den starken jungen Händen suchst du nach Arbeit, mein Freund. Wenn du diesen armen alten Mann mit schlechtem Rücken, äh, helfen kannst, sein Getreide zu ernten, zahle ich dir einen fairen Preis. Hier wäre es mit 50 Gold im Tausch mit 20 Bündel Getreide. Hast du mehr Getreide für mich geerntet? Hm, hier sind die Getreidebündel. Die sind die Getreidebündel, die ich für dich gesammelt habe. Ich sehe eine Bezahlung. Okay. Goodbye. Wir sind auch immer über Maximum. Der Helm ist schon cool. Aber... Aber die Rüstung selber ist es nicht wert, dass ich die mit mir rumschlempel. Will ich auch verkaufen. Na, ein Bündel gebe ich hier noch ab. Ich bin froh, dich wiederzusehen, mein Freund. Goodbye. Habt ihr auf die Arbeitsplätze gesehen? Nö, keine neuen Aufgaben. Auf Wiedersehen. Auf Ihren Service. Dann verticken wir das hier auch noch. Den Silberhelm. Und der hier... Der ist auch viel zu schwer. Und werde ich auch niemals anziehen. Der ist halt nett. Und das Ding ist auch nicht schlecht. Goodbye. Wie viel war der? 3 2 Und der hat jetzt 2 frei. Der wiegt 8. Der wiegt auch 8. Der bringt aber alles. Und der auch. Das sind beide des Königs. Ja, ich hab jetzt wenigstens wieder Platz, um Sachen zu tragen. Okay, das was in dem Kampflock steht, an Begegenständen stimmt aber auch nicht. Die haben schon unterschiedliche Preise. Gut, dann werde ich jetzt als nächstes nochmal nach oben ziehen. Und hier auch die Frage von diesem Goblin-Dings da beantworten. Speichert. Wobei mir da auf dem Weg nach oben auch nichts passieren kann. Wenn wir weiter Nahrung sammeln hier. 5, ne? Denn Nahrungsverräte sind voll. 4 Tage. Mehr geht nicht. Okay. Wald von Sporia. Das wird aber nicht reichen. So. Wollen wir mal dem Sinn Kram auch noch ab. Lauter der Frage. Wer regiert das über das Zwielicht von Numbria? Ne, das weiß ich auch so. Das ist Juhl. Du hast recht. Der Wichtel lächelt dazu. Verführt eine Pirate und verschwindet in grellem Licht. Haben wir auch wieder 200 bekommen, oder was? Ne, 100 war der nur wert. Okay. Und hier haben wir jetzt natürlich dann auch entsprechend Crap drin. Oha. Gar kein Crap. Das ist sogar ziemlich gut. Des Propheten Verzauberung. Plus 5. Hier plus 3. Noch mal hier die plus 5 dran. Und das andere bekommt. Ach, das kann der gar nicht anlegen, weil er ja das hier immer trägt. Maximale Lebenspunkte erhöht. Ja, kriegt ihr das halt. Weil... Torch aus Philosophen. Ah, ne, der braucht die Lebenspunkte eher. 72 und 71. Das passt so. Hätten wir das hier auch. Bei 770 Gold. Das ist auch nicht schlecht. Ich muss mal gucken, wann... Äh, wie viel der nächste Skillpunkt kostet, den ich mir da kaufen muss. Eventuell, dass ich dann noch was verkaufe, um mir den Skillpunkt schon mal zu holen. Denn bei Faye dauert es nicht mehr so lange, bis die wieder steigt. Das ist schon noch eine Hausnummer. Bis zum nächsten Mal. Willkommen in meine Store. Sind aber gut schwer. Halt Blutung. Lass ich aber. Halt Gift. Halt Betäubung. Ziel, alle verbündet. Dann kann man alle gleichzeitig enttäuben. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und Halt schwere Wunden. Aber die haben halt auch überhaupt kein Gewicht. Die kann man später noch für mehr Gold verkaufen. Ich glaube, ich werde das ja verkaufen. Das werde ich ja doch nicht anziehen. Und weg damit. Guten Tag. Guten Tag. So. Take care. 1050. Damit kriege ich dann eventuell noch einen zweiten Skillpunkt. Dann. Was sagt die Zeit? Ja, mache ich erstmal lieber hier wieder einen Schnitt. Dann geht es zum nächsten Mal nochmal weiter die nächste Zone erkunden. Also bis dann.